Herzlich Willkommen Jenny und Julia. Wir spielen Stadt, Land, Handball. Hinter euch müssten Tafeln liegen, die dürft ihr gerne mal rausholen. Da stehen sechs Kategorien drauf. Stadt, Land, Handballspielerinnen oder Handballspieler, Verein, dann Gründe für eine blaue Karte, da dürft ihr gerne kreativ werden und am Ende der Hit für die Kabinen-Playlist. A. Stopp. M. Wo hängt es? Gerade noch beim Hit. Ja. Stopp. Oh, ich habe auch übrigens die blaue Karte nicht. A. Yes. Sehr gut, dann vergleichen wir doch mal. Jule. München. Hab ich auch. Land. Moldawien. Montenegro. Im Gedenken an Marlene Kalf. Melinda. Meli. Metzing. Magdeburg. Meckern. Ganz klar. Easy. Aber guter Fall. Ich habe nichts. Yes. 20. Und ganz klar der Hit Mama Lauda. Ja. Ganz fein. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Mama Lauda. Ja, zehn Punkte. A. Stopp. L. Stopp. Ich habe schon wieder keine blaue Karte. Yes. Gut, dass du keine Startnummern hast. Jenny, leg mal vor. London. Leipzig. Beide zehn. Lettland. Litauen. Zehn. Luisa Schulze. Landin. Beide zehn. Leipzig. Leipzig. Fünf. Keine blaue Karte. Ein Luftschubser. Luftschubser. Ah ja, dafür gibt es zwei Minuten und wenn das sehr hart ist, so eine blaue Karte. Ich weiß nicht, ob es ein Song ist. Lollipop? Es gab doch mal so Lollipop, Lollipop. Ach so, ich hätte jetzt an den anderen gedacht, aber ich glaube auch, das ist ein Song. Das ist schon richtig, ja? Ja, ich glaube. Lollipop, Lollipop. Könnte das so heiß? Ja. Also, ich habe den Nummer-Eins-Hit, glaube ich, gerade in jeder Playlist aufgeschrieben. Laila natürlich. Damit hat Julia schon gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Die blaue Karte war es. Ja, die Kategorie. Ja, richtig. Die ganze Zeit an schlimme Sachen gedacht, aber irgendwie. Nichts eingefallen. Nichts eingefallen.